Tageskarten ziehen mit den Lennemann Karten. Hierfür hast du immer mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder eine Tageskarte ziehen, zwei oder auch drei und auch wenn du drei Karten ziehst, hast du natürlich wiederum die Wahl, wie du die deuten möchtest. Ob du sie einzeln betrachtest, deutest oder als Kombination zusammenhängend, also alle drei zusammen, so wie so eine Entwicklung, eine Abfolge, wie sich eben entsprechend dein Tag gestaltet. Du kannst aber auch wieder die Licht- und Schattenseite nutzen und zum Beispiel sagen, hier in die Position 1 möchte ich wissen, was läuft heute richtig gut, was wird positiv an meinem Tag sein. Und mit der 2, was läuft vielleicht nicht so gut, wo muss ich aufpassen, wo könnte es vielleicht hier und da Probleme geben und ich sollte besser Acht geben. Es ist auch eine Richtung eines Ratschlages, denn natürlich gibt es immer Tage, die vielleicht nur gut sind oder nur schlecht sind oder eben auch beide Aspekte in sich haben. Und du kannst eben hier so gesehen einmal schauen, hey, worauf kann ich mich schon freuen, was läuft richtig gut und wo muss ich vielleicht Acht geben, weil das ein oder andere vielleicht eben nicht so gut läuft. Und mit der 3 könntest du noch so eine Art Check machen, ja, was überwiegt denn heute eigentlich das Gute oder das Schlechte? Oder ist es neutral, wenn hier nämlich eine neutrale Karte liegt, dann würde das ja bedeuten, dass dein Tag eben auch neutral ist, also sowohl als auch beides vorkommen kann, Gutes und Schlechtes. Du es aber insgesamt eher als ausgewogen und eben neutral empfindest. Ich mache das jetzt einfach mal als Beispiel, indem ich jetzt für mich selber Tageskarten ziehe und vielleicht passt es sogar zu deinem Tag, wann auch immer du dieses Video anschaust. Und ansonsten lade ich dich natürlich wie immer auch ein, deine eigenen Tageskarten zu ziehen. Das kannst du wie üblich auf meiner Webseite machen, online oder natürlich, wenn du ein Kartendeck besitzt, auch direkt mit deinen Karten am Tisch. Mein Blog findest du unter kartenlegenlernen.info und dann einfach oben im Menü. Ich scroll noch mal kurz hoch. Hier gibt es die Orakel im Web und da ist auch hier gleich Tageskarten ziehen und dann kannst du da draufklicken oder auch auf die Dreierlegung. Das wäre jetzt das gleiche, ob nun Tageskarten oder drei Karten als Legung, ist im Grunde genommen das gleiche. Ja, dann scrollst du runter und kannst hier entweder mit dem Licht- und Schattenkarten decklegen oder, normalerweise sind hier auch immer noch meine mystischen, aber hier auf dieser Seite habe ich sie wohl gerade mal nicht. Ist auch egal, ich ziehe es jetzt hier mit diesen Karten. Ja, welche nehme ich denn mal? Ich glaube, ich möchte die hier und die und die. So und das sind auf jeden Fall erstmal alles drei gute Karten. Das heißt, hier hinten habe ich auf jeden Fall schon mal die Tendenz, na, gehst du wieder weg. So, habe ich hinten die Tendenz, dass ich ja eher einen positiven Tag erlebe, weil die Lilie ist für mich eine positive Karte. Sie steht ja für Harmonie, Zufriedenheit, das Gleichgewicht, im Frieden sein, in Balance sein. Also das verbinde ich mal alles mit positiven Aussagen. Von daher ist das für mich jetzt einfach ja so gesehen schon mal der Trend. Es ist eher ein positiver Tag. Und jetzt gucke ich mir halt noch diese zwei Karten hier genauer an. Der Brief, das heißt, ja, heute wird es wahrscheinlich Neuigkeiten geben, Nachrichten, die dann aber in dem Moment eben positiv sind, weil es soll ja hier meine positive, meine Freude sein, was heute Schönes passiert. Also schöne Nachrichten, tolle Neuigkeiten erfahren, vielleicht funktioniert irgendeine Werbeanzeige gut, weil der Brief steht natürlich auch mit für Werbung. Vielleicht bekomme ich einen Anruf, den ich ganz toll finde, wo mir vielleicht Infos gesagt werden, die mich freuen. Oder ich lese vielleicht auch ein Buch, beschäftige mich mit schriftlichen Dingen. All daran werde ich dann meine Freude haben. Wer weiß, vielleicht schreibe ich auch noch ein paar Zeilen an meinem neuen Buch, denn auch das macht mir ja Freude. Hier in der Mitte liegt jetzt der Park. Der Park im Negativen gedeutet, weil jetzt muss ich mir ja die Schattenseite angucken, ist, dass man ja alles vielleicht zu öffentlich an dem Tag macht. Also das wäre jetzt zum Beispiel nicht so gut, wenn ich an diesem heutigen Tage vielleicht in Social Media sehr aktiv bin und da vielleicht irgendwas teile, poste, kommentiere oder so. Das können vielleicht der ein oder andere im falschen Hals kriegen. Und dann habe ich am Ende mehr Ärger als Freude daran. Also von daher müsste ich halt mit der Umgebung, dem Umfeld, mit anderen Leuten halt ein bisschen aufpassen. Nicht zu sichtbar sein an diesem heutigen Tag. Vielleicht ist auch rausgehen, an die frische Luft gehen. Heute gerade nicht so gut, weil, was weiß ich, vielleicht werde ich nass, weil es regnet. Vielleicht knallt mir die Sonne ins Gesicht und ich hole mir einen kleinen Sonnenbrand. Oder ja, irgendwie begegnet mir vielleicht eine Person, die die dann eben vielleicht nicht so freundlich gestimmt ist. Oder ein Windzug haut mich fast um oder was auch immer. Draußen alles an Negativen natürlich auch passieren kann. Da warnt die Karte jetzt davor. Vielleicht heute lieber nicht unter viele Leute gehen, sondern wenn die wir alles im kleineren Rahmen, also auf eine Feier gehen, wäre dann vielleicht heute nicht so ein guter Zeitpunkt. Oder eben sehr aktiv im Internet sein. Das wären jetzt so die Warnhinweise, die aber gar nicht so stark gewichtig sind, weil eben die Lilia ja anzeigt, dass das ist nur ganz klein vertreten. Hauptsächlich geht es um das Positive an dem Tag. Das zeigt mir halt die Karte hier hinten an. Ich kann sie natürlich auch noch deuten, also ich muss sie jetzt nicht nur als sozusagen Trend, was überwiegt jetzt positiv oder negativ. Ich kann sie auch deuten, das habe ich ja auch schon gemacht, mit Harmonie, man sollte sprechen können, dass es ein harmonischer Tag ist. Das ist ein sehr angenehmer, friedlicher Tag. Ist ein ruhiger Tag. Du sprichst dann zum Beispiel auch dafür, vielleicht eher nicht rauszugehen, unter Leute zu gehen, sondern sich es gemütlich zu Hause machen, mit der Familie beisammen sein und sich da unterhalten oder einfach den ruhigen Tag genießen, um sich um Papierkram, um Schriftliches zu kümmern. Aber immer mit natürlich Bedacht hier, dass einem das Freude macht. Mir macht dann zum Beispiel eben Freude, Bücher zu schreiben. Jetzt meine Steuererklärung würde ich an dem Tag dann glaube ich eher nicht machen wollen. Aber ja, eben wie gesagt, schreiben oder vielleicht auch Videos aufnehmen, wo ich auch mit euch kommuniziere. Sowas macht mir ja Freude. Und dafür ist dieser Tag, wo ich diese drei Karten gezogen habe, bestens für geeignet. Ja und nun probiere das Ganze doch mal für dich aus. Und übrigens, sorry für meine Stimme, ich bin zum Zeitpunkt, wo ich die Videos aufnehmen leider ein bisschen verschnupft. Aber ich wollte jetzt auch nicht noch ewig warten mit der Produktion von neuen Videos. Deswegen, ich hoffe, ich war gut zu verstehen. Und ja, dass du jetzt auch Lust bekommen hast, diese kleine Legung auch einfach einmal selbst für dich auszuprobieren. Alles Liebe und Gute an Janina Schulze.